NM line close to you, Lama. Sie sind doch Gegner, oder? Oder das ganze Halb-Reichs-Marsch. Okay, you can shoot them. Leichte Formation, den Rest von mir halten, Freis Feuer auf den Flager ziehen. Keine Teamkills? Okay, wir waren es nicht. Wurde geteamkilled. Lieber geteamkilled werden als Teamkill, würde ich sagen. So, dadurch, dass sie von da kam, muss man sich jetzt wirklich fragen, wo der gegnerische Spawn liegt. Ah, er liegt da links. Oh, nein. Oh, nein. Rechts von mir, hier neue Bildung, komm, 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 komm. Sofort. Die Flagge ist weg. Schlechter Flagger, wenn du sie am Boden liegst, die sponnt sie. Ich hab nur einmal nachgeladen. Ja, ja, die verschwindet. Du musst sie zwischen jedem Nachladen und Schuss Nachladen, halten, 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 halten. Ich hab natürlich damit gerechnet, dass sie anders eingestellt ist. Aber da hätte man drauf kommen können. Ah, was jetzt, was jetzt. Dieser legendäre, ähm. Ja, Krieger. Wir haben keine Flagge mehr. Okay, wir werden gleich auf dem Flagger zielen. Links Staff füllen, links hin, wir halten. Freis Feuer. Ah, Harley, can you come to Arti right side? Wer vielleicht ziel auf ne Arti der Rissen ansonsten. We chase my shot. Weiter machen. Die Charging, wir können noch einen Schuss rausjagen. Dann ist es irgendwie keine Frage zu verlieren. Und, charge. Weiter, da kommen noch mehr. Ja. Der Randfläger rennt zurück mit dem Offizier. Jawohl, Linie, links hin zu mir bilden. Und Freis Feuer. Jawohl. Noch am Nahkampf. Das war kein Fick. Versuch den anderen in den Toten. Nein. Der Basti und ich sind noch am Leben. Ja, Veteran hier. Komm, weißt du, wir chargen jetzt den letzten und wir treffen uns alle im Spawn. So, schön ab zum Spawnen. Come on Legion, we need Firepower. Ja. No way. Link Staffeln. Oh, da sind die Jäger. Skirm Salon. Fall back, guys, fall back, fall back. Du war dein number. Du war dein number. Wir können gewinnen, wenn sie mich bekommen hat. Wir können gewinnen, wenn sie mich bekommen hat. Ein Hit. Nice. Auf dem Flag erzielen. Noch ein. Nice. Beide auf dem Flag erzielen. Und zurück fallen. Und zurück fallen. Lauft. Lauft. Sofort. Wegen der Linie. So, Artie. Rennt rechts von der Artie. Sie stehen in der Linie. Highlands. Nicht mein Tag heute. Passiert, passiert. Rechts werden wir geflügelt. Ja, ja, ja. Eventuell. Ich weiß nicht, ob... Insgesamt... Halblingsmarsch. 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 Lauft. Gott. Links Staffeln. Ja, wir müssen halt einen neuen Ballungsraum ausstellen. Rechte Formation. Links von mir. Halten. Rechts um. Reiß Feuer. Ja. Links sind ein paar Skirms, aber ansonsten noch 12 Uhr. Die Artie. Gott, da ist noch eine Linie. Ja, ja. Baby back in action. Weil die sind noch 12 Uhr, die blobben sich. Wie viele Gegnerlinien sind das? Ich zähle mindestens viele in die parallelen Vorrücken. Gott. Die Frage ist, was unsere machen. Lol. Nice Artie Kugel. Insgesamt freies Verhalten. Halten. Halbrechtsmarsch. Flaggeran zuerst. Halbrechtsmarsch. Go, 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 go. Halbrechtsmarsch. Den Hügel hoch zu unseren Artie. Die wollen da nachher haben. Die Kugel. Hat man mit dem Spidey-Sense. Nein! Wäre mal, dass du's kommen saßt. So, das kommt auf diese Höhe. Stimmt. Eigentlich sind beide so im Kreis gekehrt. Ich cappte die Flag awesome. Good job, good job. Hartmann hat gerade Lama gewiss, was ich cappte die Flag awesome. Adolf Flag. Adolf Flag. Adolf Flag. Das kommt in mir nachher nachher nachher. Und links von mir halten. Freies Feuer. Nutzenscheinheitsdeckung steht genau links von mir. das heißt ihr müsst genau auf meiner links stehen ja damit die artig die schlichte und kommt kommt mit line straight der legion wie sich beschufen ausfächern sofort der mich auf uns gezielt so schon halb reichs marsch ich glaube sie haben uns gerettet es der linkstaffeln links und mir halten reichs um preisfeuer behind und wir haben null tickets kannst übrigens die fahne jetzt die spawnen lassen das gesamte leichte formation zwischen dem letzten und mir bilden sofort ausrücken 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 zwischen den letzten und mir bilden und freis feuer schöne schüsse nice wir sind 150 auf möglich wir müssen jetzt die vor uns hobs nehmen links ich weiß eigentlich überall von uns das war recht und das ganze jetzt gehen wir chargen das war noch mal der opi so lustig war die herzen ich hätte es gemacht kommen du schaffst es schade hey ich bin auf vier kills hoch gegangen glückwunsch 60 gegen setz 60 trotzdem also ich meine es und sich rnw ist tot das sind mehr leute als zwischen sich beim montagsevent da und wir sind das ist eine einfache erklärung adhs seid ihr irgendwie so ein neutronenbeschleuniger ein eigenen ich wollte schon sagen von oben sieht das eigentlich ganz viel wir machen den zweiten kreis auf ist schon wild da kriegt er da kriegt er oh gott erstaunlich dass das fast ohne team kill funktioniert hat ich wollte gerade sagen ja also ich meine gute team gute team kills was gute kreis gute präsenz ein paar artis gechargt haben wir ein paar flaggen sogar oberts teilgenommen paar kugeln gedocht und dann halt auch nicht gedocht hat man hat die großen gedocht weil da sind wir sehr stolz zur kirche gehen zur kirche lol das kommt hinter mir halten nahkampf bonus voll sehr schön geht auf die pferde geht auf die pferde legionen willkommen mit dem werden wir fertig die pferde legionen ok ihr schafft das schon so ein nettes frühstück kommt jetzt doppelt kommt zusammen schön gepasst schon einer musste dran ja das war die 5% verlust drückquote 10% wir runden runter und nicht hoch so das war überraschend oder das kam mir erst eigentlich besser wir haben andere länder da genau warum deswegen stehen wir im kornfeld da können sie uns halt nicht genau fixieren und da hatten wir einen leichten vorteil schätze ich jetzt einfach mal aber ansonsten waren die jetzt einfach skillmäßig unterlegen das muss man einfach auch so klatsch klatsch und klar ausdrücken mannschaftsdiff und offidiff genau also doppelter malus dann haben sie vermutlich noch eine tech rückstand kannst du nochmal so 5% addieren hat hier auf 12 uhr schießt jetzt auf uns ich hoffe warte ich gehe mal kurz ablenkung machen kommt der dreht doch auf mich oh der dreht doch auf mich oder auch nicht nö der hat neben mir ein basti bei basti eingeschlagen die dreht doch auf mich doch nicht okay äh einen schuss noch abgeben die werden jetzt sowieso von den jägern gecharged freisverhalten hold it hold it imagine getting charged bei jägers der noch passiert ist soweit nachgeladen halbbrechsmacht weiter 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 links von mir halten freisfeuer auf den flagazin auf 12 uhr wurde schon angehittet kommt leute der baller gerade angehittet worden das war seine hitbox nicht da das sind jetzt richtig so diese medien das war aller gettet worden ist gott freisverhalten jo das wäre ein teamkügel gewesen das wäre mit der halblingsmarsch okay sondern mir sind auch ein paar kugeln um die horn geflogen das sind keine hat man das sind keine echten kugeln das sind erstens platzpatronen und zweitens das ist asma das ist in der musik im musikkit mit dabei ach so warte mal ich muss die musik mal wieder anmachen ja das ganze achtung wir werden was riskantes machen zwischen dem haus und mir halten freisfeuer halb rechts kommt nach rechts einen schuss abgeben und dann zurück in die deckung ja drei kürz gemacht locker zurück in die deckung da ist ne flacke darf ich die nehmen ja ok dann pushen wir zur freige äh wir vorbleiben ok ja ok dann chargen wir überreicht wir sind jetzt schon so weit vorne verbündete sind theoretisch rechts von uns jawohl und jetzt raus aus dem charge zu beiden seiten hier halten freisfeuer oh gott oh gott oh gott oh gott halb rechts marsch halb rechts marsch halb rechts marsch halb rechts marsch ich hätte gehofft dass sie weiter zurückziehen ok und hier oh charge danke polos und und zweiter fäger rennt zu verwirken der rest schafft er schon go dread gut ist Manchmal lag der schon heftig, ne? Okay, hinter 59 bei mir sammeln. Reicht Staffeln und gleich die Formation rechts bei mir halten. Freies Feuer, sucht euch einen Blob aus. Jawoll! Ja nun, ne? Das sind so viele Leute. Oh, oh! Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Oh, hinter uns, Charge! Fläger, renn. Okay, wir helfen zu Legendern. Es gibt keine gute Option mehr zu machen. Ich muss halt den Typen jetzt. Ja, den kannst du aber... Ich komme, ich komme. Willst du mich verarschen, endlich. Husan sind jetzt auch da, gut. Bei mir sammeln, zu beiden Seiten ab. Kehrtmarsch. Zurück ins Dorf, zurück ins Dorf. Ah, die Artikugel neben sich einschlagen gesehen, okay. Ja, ich wollte mich jetzt halt nicht parallel zur Artie aufstellen. So, leichte Formation. Oh, wir müssen noch kurz den Afkala abstauben. Prioritäten setzen. Prioritäten setzen, genau. So, das kommt links Staffeln und links von mir Freisfeuer. Ich stell dir mal vor, der Afkala wäre Bait gewesen. Defend the flag, we will... Jetzt kommt der Artie. Okay. Jetzt hier noch einen Schuss und dann nachladen. Freisverhalten, Freisverhalten. Ich hab doch gerade einen Short drüber gemacht, wie ich echt mehr geteamated habe. Sobald nachgeladen, halb linksmarsch. Nee, nee, fortnice. Nicht feiern über uns. Ja, mehr links. So knapp. Doppelt den Inchantristen, ansonsten zwei Kamaloristen. Schon gemacht. Okay. Wo ist unsere Flagge? Ah, der hat die. Okay. Wir holen mal kurz die Flagge ab. Ach tief. Mehr rechts, Hartmann, Nummer, mehr rechts. Nein, das, ja, genau. Weitermachen. Weiß nicht, ob wir hier... Die nehmen wir. P4, du bist in Command. Nimm mal kurz die Völker und renn nach hinten. Wir haben keine Tickets mehr. Ah, Mist. Jetzt Charged einfach. 2 Leute Tod. Sorry für die Teamy baj. lol Basti, du wurdest von einem verbündeten Offizier angehittet. Das wäre egal, glaube ich. Ich glaube, wenn du der Letzte deine Einheit bist, dann ist es kein Rambo mehr, wenn du dich verteidigst. Ich habe leider keine Muskete mehr gefunden. Rechstaffeln? Warum sind die Pyramiden so schief? Rechst von mir halten, freies Feuer. Weil die auch schon noch rum wollten. Hast du aber vom Ruhm von Pisa gehört? Rechst einrein, rechst einrein. Sind das die Pyramiden von Pisa? Genau. Pyramiden schief bei Napoleon mit einer Kanone drauf geschossen hat. Man weiß es nicht, aber es ist eigentlich ein Stein. Information zwischen den Jägern und mir bilden und halten, freies Feuer. Schaut nach links zu den Jägern. Wir wollen, da wo der rechteste Mann von Jägern steht, da wollen wir, dass die Linie endet. Die Linie ist trying to cross on the right. Die Linie gerade gehen jetzt. Sofort! Bam! Legion! Jetzt kommt der Halblingsmarsch. Halblingsmarsch, Halblingsmarsch. Ich habe gerade um weniger als einen Meter eine Kanonekugel. Wir wollen jetzt kurz die Linie unterstützen, weil die zu Artie zurückziehen und danach rechts um und dann freies Feuer auf die Gegner im Wasserbett. Copy. Fußbett. Wasserbett. Wasserbett, Fußbett. Kennst du Wasserbett? Kennst du Wasserbett? Ich war nie gut in der Akkunde. Das Plaket hat mich gerettet. Erneut. Weiter schießen. Die vier Mann können wir noch fertig machen. P4, rechts, einrein. Achso, weil das hier für eine ist. Ja, durch meinen Schwanz. Ich habe dir verdient, dass eure Schüsse kein Damage geben. Das gesamte Halblingsmarsch in die nächste Deckung hier. Komm, 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 komm. Und hier im... Wir capturen die Flagge. Wir holen hier erstmal. Nachladen hier. So stehen, dass wir rechts von den Verbündeten sind. Noch nicht schießen, noch nicht schießen. Kein Übermut, kein Übermut. Gleiche Information. Linkstaffeln, halten, freies Feuer. Komm, nur einen Schuss abgeben. Sobald der eine Schuss abgegeben worden ist, vorrücken. Kommt jetzt schneller für die letzten. Und vorrücken, weiter. Mach mal noch halten, nachladen, dann freies Feuer. So, Abstände, immer nach außen. Feuer eröffnen, erneut, open fire. On the blob, left side. Legion, we need help. Schöne Schüsse. Ah, sind wir um Hilfe gerufen. Das ganze freies Verhalten, Halblingsmarsch. Lauf, 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 Lauf. Linksstaffeln. Don't reload. Schöne Schüsse noch gerade eben. Das Schwenke, hinter uns ist eine Linie. Wir müssen jetzt die Linie hier wegchargen. Überlings pushen. We attack the rifle. Schöne über links weitermachen. Rechts sind die Verbindeten. Wir werden gleich eine Linie bilden und zuschießen. Gegnerische Kaff. Sorry Krieger. Zum Flagger sammeln. Versuchen zu schießen. Versuchen zu schießen. Let's go near our spawn. Enemy's trying to attack us. Lauf, 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 Lauf. Rein in den Nackern. Komm, die treffen mich nicht. Ja, aber mich. Flagger zum 0,59. Wir bleiben hinter den, mit dem roten Ball. Setz my boy, I'm retreating on the right. Gut. Rechtschaffeln. Hinter uns. Rechts wenn wir halten, rechts um. Freies Feuer. Nützt die leichte Kuhle als Deckung. Ansonsten begradigen. Was macht unsere Artillerie eigentlich? Ich glaube, die ist viel zu weit weg, um Impact zu haben. Also, hat gerade vier Kills gemacht, aber trotzdem. Drei. Zwei Kills, davon ein Team Kuhle. Lauf, 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 Lauf. Außer ich. Okay, weh, nach den Action. Du musst kein W drücken. Du wirst, ja. Hier, rennt mal weiter Richtung Flussbett. Ihr wisst es, Wasserbett. What a win? Kaff ist auf der linken Seite. Ja, die charge unserer Arte jetzt. Und hier freist wir auf die Gegner, Ruschenjäger. Jawohl, einer down. Und so, bald geschossen. Zurück ins Flussbett, wo wir gerade standen. Komm, 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 komm. Upp, das kommt ja jetzt hochkommen. Rechts von mir, Staffeln, rechts von mir, Staffeln. Und. Halten. Freies Feuer. Da stacken sich drei Linien. Linie, Abstände, Abstände, Abstände. Wir sind leichte. Wenn ihr zu fett beieinander seid, geht raus. Spacing. Three-Man-Spacing. Freies Feuer halten. Zurück ins Flussbett. Komm, komm, komm. Die, die geschossen haben, links nur einen rein. Der Rest halb rechts Marsch. So, die wirken in Action. Hinter mir. Halten. Preis Feuer. So, das sind wir in 20. Zurück ins Flussbett. Deckung. 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 Schießen. Wir wollen, dass wir chargen. Jawohl, ohne Charge. Das ist doch siev. Ja, das war siev. Wir können uns kopieren. Wir schießen auf den Fläger. Verlögen nochmal. Na, Kampf. Na, Kampf zu Ende. Na, Kampf nicht zu Ende. Ja, wir müssen zuerst bleiben. Komm, Leute. Jetzt einfach doppeln. Einer oben, einer unten. Und dann zurück ins Flussbett. Komm, das ist ein simpler Trick, Leute. Er lebt noch. Okay, schön. So, ganz kurz. Und nachladen. Das gesamte Freist Verhalten. Okay, wir waren nicht am Schießen. Halb links Marsch. Sorry, manche Sachen sind Gewohnheitssache. Ich hatte gerade vor, zu schießen. Same. Try to clean up. Jetzt können wir halt schon über links pushen, weil die linke Artischstellung endlich tot ist. Nur wacht. Jetzt rechts von mir halten. Freist Feuer. Auf die Gegner, die sich ploppen. Komm. Komm, 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 komm. Und halb links Marsch. Sehr schön, alle haben geschossen. Und Charge. Das war Blantley Fire in Charge, aber gut. Ja. Leute, passiert aber. Obacht. Kommt, den könnt ihr noch doppeln. Einer oben, einer unten. Schön gemacht. Okay. Nice. Renn beim Nummer 59 mit. Ey, wir haben gedacht, wir füllen mal eure Linie auf. Also, macht was er am besten kann. Schutzlose Jäger jagen. Nein, 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 nein. Guck, ich hab's versucht. Go, go, Eids, man. Das machst du schon, gell? Noi. Mitfahren. Ich dachte mir, das wäre jetzt geil, wenn du einfach eingesteckst und sagst, tschüss. Ja, und die Jäger fliehen immer noch. Ich will mich nur darauf hinweisen, während, als man die ganze Zeit im Nahkampf war, hab ich mich hinten mit Nummer 59 hingestellt und nachgeladen. Ja. Sehr in Charakter, muss man schon sagen. Accurate. Jawohl, ist ja schon gemacht. Das Gesamte, bitte gg reintremmen in den Allchat.